Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge LS22 auf der Andersum. So, ich wollte das nicht abkoppeln. Ne, nicht das abkoppeln wollte ich jetzt nicht. Ich wollte das eigentlich so abkoppeln. Aber nicht. So, den Park erst mal hier. Das ist mir einen neuen Tag, da hat er die Ballen gestern reingefeuert. Dann wird leider noch Pflanzenschutz ausbringen. Aber dazu muss ich erst mal zum Händler gießen. Jetzt wird die Ballen gestern. Untertitelung des ZDF, 2020 Ah Mist, unser Mosk hat gezüppelt 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 dass da eine Werbung da drauf ist. Da gibt es keine Ahnung wieso, warum, weshalb. So, jetzt fahren wir noch zum Landhandel, machen das Ding einmal voll. Horn wie hinten. Ich muss das gucken, ob sie gekauft oder gemietet. Gekauft, gut. Ist gekäuft. Ich war mir jetzt nicht ganz so sicher, was habe ich jetzt. Aber einen Moment, ich muss mal kurz ein Stück trinken, ich habe ein Kratz im Hals. So, soll das besser gehen, jetzt will auch die Flasche wieder nicht. Soothele. Soothele. Okay. So, jetzt kannst du ein Stück- Untertitelung des ZDF, 2020 Ui, nichtse. Untertitelung des ZDF, 2020 Ich mach das ja, damit ich genau weiß, wo ich bin, wo ich hin muss. Wächst dem Auffüllen. Ich mach das ja nicht. Ich glaub das geht hier gar nicht. Ich glaub da kann ich das ja gar nicht kaum hier vielleicht. Gibt's hier irgendeine Klappe, die ich öffne? Nö. Nö. Gibt's nicht. Scheibenkleister. Und sonst hier hingeibert. Oder hab ich so ne Kaufstelle drauf? Nö. Nö. Station. Nö. Nö. Und hier. Bärkstation. Wassertank. Nö. Bärkischer Hofplatz. Nö. Nö. Tools zum Kaufen Gelehrmittel ins Werkstatt Gucken wir Verkaufsstation Im Marktstand Hab da nichts drauf Schade schade Marmelade Warum sonst denn da gedüdelt Das war ein Satz mit X Keine Leerfahrt Sinnlose Ich glaube das kann ich da noch kaufen Aber scheinbar nicht Schade 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 Ich bin so lange her Multiplayer Wo ich die aktiv gezockt hab Also hab ich ja nie gestreamt Äh ich ja nie Youtube hat das davon gemacht Und wenn ich dann hier Multiplayer gespielt hab Hab ich ja mehr 20 Minuten gespielt Aber schon hab ich das alles Bissl Nach hinten gezogen Und letztes Mal hab ich ja vergessen Unkraut zu bekämpfen Warte mal Schade Warte mal Warte mal Warte mal Warte mal Es geht Warte mal Sooo, da ist schon wieder Mittag, Mensch. Jetzt können wir die Zeit verfliegt. Man soll nicht zu spät hin aufstehen. Aber es kam daher, dass ich zu spät ins Bett bin. Ich bin heute früh erst um 2 ins Bett, halb 3. Und hab mich hier noch bis zum 10 gepennt. Wie müsste jetzt das R kommen denn? Ich glaube, hier kommt es ja los. Das ist einmal der Volltank. Ja, da ist jeden was rausgenommen. Ach, Mann. Jetzt aber zum... Jetzt muss ich mal bei Gelegenheit umtweeteln. Ja, das war ja auch nur ein Nummer-schild, habe ich selbst das nicht. Und wo ist das jetzt keine Werkstatt? Oh. Ich glaube zumindest nicht, dass ich da eine habe. Und dann überlegen, ob ich hier eine Setze... ...oder begehen in so eine Halle rein, in so einen Unterstand. nicht direkt in die Leimbinderhalle, sondern in den Unterstand, der dort eine Fahrsilo steht. Das muss wohl schon hier links im Subsch liegen. Kompost. Ja, Quatsch. Die Komposte. Mistverkauf. 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 So. Ich geh hier was drüber, bevor hier irgendwie was wächst, was ich nicht haben will. Immer mit der Ruhe und dann mit dem Rockerlöses. Oh. Oh. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 So, weit zu gut. So, weit zu gut. So, weit zu gut. So, weit zu gut. Ich verabschiede mich von euch. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne ein Däumchen da, denn ich bin raus. Ciao, ciao. Sagt euer Jaso.